Die Kollektoren sollen erfahren, was geschieht, wenn man mich wütend macht. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr zwei Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Also, ich habe ein paar Antibiotika und homöopathische Sachen genommen, um mein Immunsystem zu stärken. Ich wollte Musik mitbringen, wusste aber nicht, was dir gefällt. Und jetzt klappere ich wie eine Idiotin. Es ist okay. Komm her. Ich will nur nicht, dass es klappen soll. Ich habe es durchdacht, habe die Risiken minimiert. Aber nervös bin ich trotzdem. Und dann rede ich immer zu viel. Ein Schutzmechanismus. Und es ist dumm. Und Leute, die nur den Helm sehen, aber nicht meinen Gesichtsausdruck, muss ich doch verdeutlichen, was ich empfinde. Scheppert. Ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt. Und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle Bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander. Der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Wir haben eine Flasche Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leit herum. Festhalten für Bremsvorgang. Scheiße. Scheiße. So knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Alter Ausweich, meine Weinen. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. E.D., machen Sie den Mistkerl fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen. Gehen wir sehen. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. So, Befehlkommand. Zinn. Weinen Wir sind hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Wir sind hier draußen auf dem Präsentierteller. Wir müssen den Schaden umleiten. Das wird jetzt wehtun. Schadensbericht! Genetische Barrieren stabil bei 30 Prozent. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geordnet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Auf Wurstehen! Sie sind zu schaden. Sie sind zu schaden. Sieht aus, als wäre er terminiert. Für immer. Kommen Sie wieder rauf, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen.